Das Bundesverfassungsgesetz, kurz BVG, ist ein im Verfassungsrang stehendes österreichisches Bundesgesetz. Es stellt zwar den Kern der österreichischen Bundesverfassung dar, ist allerdings nicht das einzige Verfassungsdokument. Daneben gibt es weitere Bundesverfassungsgesetze und Verfassungsbestimmungen in unterschiedlichen einfachen Gesetzen. Die Schreibweise mit Bindestrich unterscheidet das Bundesverfassungsgesetz von anderen Bundesverfassungsgesetzen. Geschichte Erste Republik Bundesverfassungsgesetz 1920 Das BVG wurde am 1. Oktober 1920 von der konstituierenden Nationalversammlung als Gesetz vom 1. Oktober 1920, womit die Republik Österreich als Bundesstaat eingerichtet wird, beschlossen. Es löste damit nach fast zwei Jahren ein Verfassungsprovisorium ab. Das nach dem Ende des Ersten Weltkrieges von der provisorischen Nationalversammlung eingerichtet worden war. Über wichtige Teile des formellen Verfassungsrechtes konnte jedoch keine Einigkeit erzielt werden. So enthielt diese Urfassung keine Regelungen zur Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern, zur Finanzverfassung oder den Grundrechten. Inhaltlich stark geprägt war die erste Fassung von ihrem Autor Hans Kelsen. Wichtige Beiträge stammten von Karl Renner, Michael Mayer und anderen Politikern. Während die Finanzverfassung und die diesbezügliche Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern 1922 im Finanzverfassungsgesetz geregelt wurde, konnte bezüglich der generellen Kompetenzverteilung erst 1925 Einigkeit erzielt werden. Dies wurde im Rahmen der ersten großen BVG-Novelle neu geregelt. Im Jahr 1929 wurde die zweite große Novelle durchgeführt, die insbesondere die Macht des Bundespräsidenten erweiterte und die Wahl dieses Amtes durch das Volk einführte. Das BVG wurde daraufhin auch neu verlautbart unter dem Titel Bundesverfassungsgesetz in der Fassung von 1929. Während der Zeit des Austrofaschismus wurde am 24. April 1934 eine eigene Verfassung erlassen. Die Erlassung der May-Verfassung 1934 erfolgte zweifach. Am 24. April 1934 wurde die May-Verfassung in Form einer Verordnung gemäß kriegswirtschaftlichem Ermächtigungsgesetz beschlossen, was zweifellos ein Verfassungsbruch war. Zur Verschleierung dieses Bruchs der Rechtskontinuität wurde am 30. April 1934 die K-Sekunden-Parlament zur Sanktionierung der May-Verfassung einberufen. Dabei wurde jedoch weder das Präsenzquorum erfüllt, noch wurde die verpflichtende Volksabstimmung aufgrund der Gesamtänderung der Bundesverfassung durchgeführt. So dass damit der Verfassungsbruch nicht geheilt werden konnte, das BVG trat formell mit Art. 3.56 Verfassungsübergangsgesetz 1934 außer Kraft als Datum wird allgemein der 1. Juli 1934 angesetzt. Die Derogation des BVG bereits per 1. Mai 1934 anzunehmen, erscheint nicht ausgeschlossen. Zweite Republik Noch vor Ende des Zweiten Weltkrieges auf hösterreichischem Gebiet wurde am 27. April 1945 von drei Parteien eine Unabhängigkeitserklärung veröffentlicht. Nach dieser soll die Republik Österreich im Sinne der Verfassung von 1920 wiederhergestellt werden. Wenige Tage später, am 1. Mai 1945, wurde das Verfassungsüberleitungsgesetz beschlossen, dass das BVG und weitere Gesetze in der Fassung von vor dem Ständestaat also einschließlich der Änderungen von 1929 wieder in Kraft setzte. Die vorläufige Verfassung selbst wurde am selben Tag mit dem StGBL Nr. 5 1945 still veröffentlicht und mit dem Beschluss des Nationalrats vom 19. Dezember 1945 gilt das BVG als voll wieder in Kraft getreten. Am 12. Juni 1994 wurde vom Bundesvolk in einer Volksabstimmung die Änderung des BVG genehmigt. Nach herrschender Ansicht handelte es sich dabei um eine Gesamtänderung der Bundesverfassung, weswegen die Volksabstimmung verpflichtend durchzuführen war. Im Rahmen der dadurch notwendigen Novelle, die den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union ermöglichte, wurde der Titel des BVG auf den heute noch gültigen Bundesverfassungsgesetz festgelegt und um die Formulierung in der Fassung von 1929 gekürzt.